Stattstöhren, Koppelie, Kolonne Lidia, Salud! Komm, 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 komm! Ich war in der Worte. Guck! Neutii, schau den! Grospera ist der Trogfeder. Da ist doch... Ne, das ist der Kadhi! Sie ist der... Sie ist nicht wegkommen, von mir. Da ist allemal der Kadhi... Wie ist es, du denkst? Was ist da ein wenig mehr hoch? Ich weiss nicht. Das ist nicht bei denen. Kompanien, rot! Wenn durch den Nebel beim einen oder anderen Familienvater und den vateristischen Gefühlen hochgekommen sind, war das natürlich bewusst. Ich stelle die beiden Kompanien vor und beginne bei der Kompanie 1. Die Kompanie 1 besteht aus einem Kommandozug, drei Nachschubzügen und wird geleitet durch den Kompaniekommandant Oberleutnant Gäumann. Kommandozug geführt durch den Hauptfeldweibel Gerber vor ihr Wegstein. Nachschubzug 1, Leutnant Bernet. Nachschubzug 2, Leutnant